moin und willkommen zum neuen video von mir ecoflur hat gerade die frühlingszeit gleich sparzeit in meiner beschreibung habt ihr den link dazu und dann könnt ihr sicherlich das richtige produkt dafür finden und eure eco kredits auch einsetzen in gutscheine oder ähnlichem und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video euer techdiv wenn euch das video gefallen hat denn ein daumen hoch likt mich teilt mich und wenn euch das video nicht gefallen hat drei daumen hoch und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video euer techdiv